Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du Nextcloud auf deinem QNAP NAS installieren kannst. Dabei zeige ich dir auch, wie du deine Nextcloud aus dem Internet erreichbar machen kannst und auch direkt über deine Nextcloud auf die Daten zugreifen kannst, die auf deinem QNAP NAS liegen. Außerdem gehe ich darauf ein, weshalb du von der Installation von Nextcloud über Docker eher absehen solltest. Ich würde sagen, legen wir doch wie immer direkt los. Mein Name ist Daniel von der Firma Apfelcast. Du benötigst Unterstützung bei deiner Nextcloud-Installation oder du kommst an einer Stelle nicht weiter, dann melde dich gern bei mir. Egal ob Privatanwender, Unternehmen oder Verein, ich helfe dir, deine Nextcloud nach deinen Wünschen zu installieren, zu konfigurieren oder vorhandene Fehler zu beheben. Bei Interesse schreib mir einfach eine Nachricht an service-at-apfelcast.com Legen wir doch direkt mit den Voraussetzungen los, die du bzw. dein Setup erfüllen sollte, damit du dieser Anleitung hier folgen kannst. Die erste Voraussetzung wäre mal, dass du Ubuntu bereits als LXD, also als Linux-Container, auf deinem QNAP NAS hier installiert hast. Wie genau das geht, dazu habe ich schon ein Video gemacht, das findest du natürlich hier unten und auch hier im Video verlinkt. Das ist mal eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Ansonsten solltest du, damit die Nextcloud später auch flüssig läuft, mindestens 4 GB RAM diesem LXD-Container für Ubuntu zugewiesen haben. Wenn dein NAS nun nicht genügend RAM bietet, also gar keine 4 GB RAM hat, würde ich dir auf jeden Fall hier empfehlen, mehr RAM nachzurüsten. Kompatiblen RAM findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und du solltest dann natürlich auch in den Einstellungen des LXD-Containers sicherstellen, dass hier 4 GB zugewiesen sind. Logischerweise solltest du auch schauen, dass du auf den Festplatten, die in deinem QNAP NAS sind, noch genügend Speicher frei hast. Sprich, möchtest du auf deiner Nextcloud ca. 500 GB Daten hochladen, dann solltest du natürlich auch noch mindestens 500 GB hier insgesamt auf deinem QNAP NAS frei haben. Empfehlenswert sind auch natürlich Linux-Grundkenntnisse. Ich zeige euch natürlich das hier als Schritt-für-Schritt-Installation, damit ihr aber auch versteht, was ihr hier tut, solltet ihr schon Grundkenntnisse in Linux haben, insbesondere in dem Arbeiten in der Befehlszeile. Wenn das bei euch noch nicht so ist oder ihr euch da ein bisschen unsicher seid, kein Problem, meldet euch wie gesagt gerne bei mir hier. Ich helfe euch gerne weiter und kann auch die Installation für euch übernehmen. Wir reden jetzt ja hier schon von Linux-Containern. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja wieso nehmen wir dann nicht einfach gleich einen Nextcloud-Docker-Container? Das ist doch viel einfacher. Naja, das ist definitiv nur auf den ersten Blick einfacher. Warum nun genau ich hier die Installation über einen sogenannten LAMP-Stack bevorzuge, das erfahrt ihr jetzt. Nun, was ist überhaupt ein LAMP-Stack? LAMP hat nichts mit Lampen zu tun, sondern es steht ganz einfach für Linux, Apache, MySQL und PHP. Und das sind die Grundressourcen, die einem jeder Nextcloud-Server benötigt. Im Endeffekt sind das die Grundressourcen eines jeden Web-Servers. Wenn ihr nun da hingegen die Nextcloud über Docker-Container installieren möchtet, braucht ihr zwei Container. Einmal den Nextcloud-Container selbst, wo die ganzen Nextcloud-Daten, die Konfigurationsdaten und so weiter drin liegen. Und ihr braucht dann noch eine Datenbank für die Nextcloud. Da nehmen die meisten irgendeinen MariaDB oder MySQL-Container her. Ihr habt also schon mal zwei Container, die ihr verknüpfen müsst. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Klar, die Installation an sich ist vielleicht zeitlich gesehen schneller als die über einen LAMP-Stack. Allerdings, wenn ihr dann mal mehr mit der Nextcloud machen möchtet, Zusatzmodule installieren möchtet oder diese gar warten möchtet, weil einfach irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt werden, weil sie nicht erreichbar wird, dann wird es kompliziert. Ganz einfach aus dem Grund, ihr müsst zunächst mal Linux verstehen. Das ist klar, das müsst ihr auf jeden Fall verstehen, wenn ihr euch in dieser Welt bewegt. Allerdings müsst ihr noch zusätzlich verstehen, wie Docker funktioniert. Und wer schon mal sich damit versucht hat, wird wissen, das ist nochmal eine eigene Welt für sich. Das heißt, sage ich mal, das Erfahrungsniveau muss ein bisschen höher sein. Außerdem, wenn ihr nach Fehlermeldungen, die ihr vielleicht irgendwann mal bekommt im Betrieb zu einer Nextcloud, googelt, dann findet ihr natürlich viel mehr Ergebnisse, viel mehr Hilfestellung und auch bereits vorhandene Anleitungen für Themen zu einem LAMP-Stack, also zu einer Nextcloud, die unter LAMP-Stack installiert ist. Die Docker-Installation von der Nextcloud ist immer noch so ein bisschen eher exotisch. Das heißt, hier findet ihr gerade, wenn ihr Anfänger seid, nicht so wirklich gute Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Fehlerbehebung. Und ein weiterer Punkt ist auch, Updates für die Nextcloud sind in der LAMP-Stack-Variante schneller verfügbar. Das hat zumindest die Erfahrung gezeigt. Und somit könnt ihr natürlich auch kritische Sicherheitslücken durch Updates schneller und zuverlässiger schließen. Was die Performance angeht, gibt es zwischen den zwei Varianten eigentlich keine grundlegenden Unterschiede. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Docker-Variante der Nextcloud-Installation eher was für erfahrene Sys-Admins ist. Ich würde sagen, jetzt wechseln wir aber mal direkt rüber auf den Computer und ich zeige euch, wie ihr nun hier die Nextcloud Schritt für Schritt auf eurem Ubuntu-Container installieren könnt. Danach kümmern wir uns dann um die Themen externe Erreichbarkeit, Zugriff auf vorhandene Dateien und so weiter. Also, los geht's! Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt hier bei mir im Browser auf der Oberfläche von meinem QNAP NAS angekommen. Wie angangs erwähnt, ist es natürlich jetzt sehr wichtig, dass ihr hier das erste Video zur QNAP-Reihe genauer hier zu den LXD-Containern schon gesehen habt, denn das ist die Grundlage für diese Nextcloud-Installation. Im letzten Video haben wir hier in der Container Station einmal einen sogenannten LXD-Container hier mit Ubuntu angelegt und mit dem arbeiten wir jetzt dann auch für die Nextcloud-Installation. Ihr könnt jetzt hier die Installation, wenn ihr möchtet, über die eingebaute Konsole hier durchführen. Finde ich persönlich ein bisschen unpraktisch. Ich mache das, da ich hier am Mac bin direkt über Terminal. Unter Windows könntet ihr beispielsweise das Programm Putty für eine SSH-Verbindung direkt hier zum Container benutzen. Nun, wichtig ist einfach, dass, wie gesagt, der Container erstellt ist, dass er natürlich läuft und dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt einmal kurz rüber ins Terminal und legen mit der Installation los. Ich bin nun hier bei mir im Terminal angekommen und als erstes melde ich mich hier via SSH auf dem Linux-Container, also auf dem Ubuntu-Container, hier einmal an. Und zwar geht das ganz einfach mit SSH, dann meinen Benutzernamen, also Dani und dann Add der IP-Adresse meines Containers. Ich muss mich natürlich jetzt hier mit meinem Passwort authentifizieren und dann bin ich auf dem Server angekommen. Momentan allerdings noch als der User Dani. Ich sollte hier aber besser Root-User sein, da wir hier für die ganzen Installationen auch Root-Rechte benötigen. Also wechsle ich da ganz einfach mit sudo-su einmal hin. So, dann sind wir da angekommen. Das Erste, was ich jetzt machen würde, bevor ich hier irgendwelche Pakete installiere, ist natürlich mal schauen, ob der Server, also hier der Container, up-to-date ist. Das geht ganz einfach mit apt-update und apt-upgrade. Und damit dann die Updates auch automatisch installiert werden, setze ich noch ein "-y", für Yes dahinter. Und dann läuft das Ganze jetzt einmal durch. Wie wir sehen, der Container ist aktuell jetzt hier in meinem Fall. Wenn da bei euch nicht ganz aktuell ist, dann laufen jetzt hier einfach die Updates durch. Aber anhand der Nullen hier sieht man, dass da nichts passiert ist. Das ist gut. Als ersten Schritt, bevor wir jetzt hier den sogenannten LAMP-Stack installieren, also die Grundressource für Nextcloud, schauen wir mal, dass wir die Software-Properties Common hier auf dem Container haben. Das geht hier einmal mit apt-install und dann Software-Properties Common. In meinem Fall muss man die jetzt hier noch nachinstallieren. Gar kein Problem. Ihr seht, das ist eine relativ kleine Installation mit 44 MB. Können wir jetzt auch hier mit Yes bestätigen. Und dann läuft das einmal durch. Als erstes Modul des LAMP-Stacks, der steht für Linux, Apache, MySQL und PHP, rollen wir jetzt hier das Ganze mal von hinten auf und installieren zunächst mal PHP, und zwar in der Version 8.0. Dafür müssen wir die entsprechende PHP-Repository hinzufügen. Das geht ganz einfach mit diesem Befehl hier. Natürlich, wie immer, alle Befehle, die ich hier verwende, findet ihr auch in der Beschreibung verlinkt. Hier können wir jetzt das Ganze einmal mit Enter bestätigen und dann wird jetzt hier automatisch dieses Repository hinzugefügt. Damit die auch erkannt wird, müssen wir einmal unsere Paketliste hier aktualisieren. Das geht ganz einfach mit apt-update. Danach sollte von apt jetzt automatisch dann auch das entsprechende PHP 8.0-Paket gefunden werden. Also installieren wir jetzt hier PHP 8.0 mit diesem Befehl. Mit der Installation von PHP an sich ist es natürlich noch nicht getan. Die Nextcloud benötigt hier auch einige PHP-Module, damit das Ganze funktioniert. Die habe ich euch mal in einer Befehlskette, einer relativ langen Befehlskette zusammengefasst. Die könnt ihr einfach kopieren und hier einmal einfügen. Dann habt ihr all die PHP-Module, die ihr benötigt. Als nächstes gehen wir mal einmal an die Konfiguration von PHP. Das geht mit dieser Datei hier mit der PHP-ini. Da können wir die ganzen Einstellungen vornehmen. Wie wir jetzt hier sehen, ist in diesem Container Nano noch nicht automatisch installiert. Das ist der Standard Text Editor hier unter Ubuntu. Den können wir aber ganz einfach einmal mit apt install und dann Nano nachinstallieren. Dann können wir auch den gleichen Befehl hier nochmal ausführen und dann können wir die Datei auch öffnen. Wie ihr seht, hat diese Datei knapp 2000 Zeilen. Das wird etwas schwierig, sich da manuell zurechtzufinden, beziehungsweise wird ganz schön lange dauern. Deswegen machen wir das Ganze jetzt hier mit Hilfe der Suchfunktion. Und zwar drücken wir einfach Ctrl-W auf der Tastatur und dann können wir hier nach Begriffen suchen. In meinem Fall jetzt hier als erstes Mal nach Memory Limit. Das gibt an, wie viel RAM hier PHP benutzen darf von eurem System hier. Wir haben jetzt hier, da ist bei mir nur ein kleiner Test-Container, ist nur 1,5 GB RAM zur Verfügung. Das ist natürlich grundsätzlich, möchte ich hier nochmal sagen, zu wenig für den Nextcloud. Ist aber mir jetzt hier nur für Demo-Zwecke. Das heißt, ich kann natürlich hier nicht mehr RAM vergeben, als ich habe. In dem Fall kann ich jetzt hier 1 GB vergeben, um noch ein bisschen Luft für andere Dienste hier auf dem Server auch zu lassen. Also, in dem B-Schreibweise gebe ich jetzt hier einfach 1024 MB an. Wie gesagt, ich würde euch hier eher einen Container mit um die 8 GB empfehlen. Dann könnt ihr hier beispielsweise 6 oder 7 GB angeben. Kümmern wir uns als nächstes um die Upload Max File Size. Dabei geht es darum, wie groß Dateien sein dürfen, die ihr auf die Nextcloud hochladen könnt. So ein guter Wert finde ich immer sind so 20 GB. Man hat selten eine einzelne Datei, die größer ist als 20 GB. Als nächstes schauen wir uns den Wert Post Max Size einmal an. Hiermit können wir dann eben im Endeffekt genau das gleiche nochmal vergeben, nämlich eine andere Art und Weise des Datei-Uploads. Im Endeffekt geht es aber auch wieder um die maximale Dateigröße. Deswegen nehme ich immer bei beiden Parametern den gleichen Wert. Nun schauen wir noch nach dem Parameter Date.Timezone. Ja, wie es der Name schon sagt, geht es hier einfach um die Zeitzone, die PHP für die verschiedenen Dienste verwendet. Im Normalfall wird das bei euch wahrscheinlich auch Europe slash Berlin sein. Wenn ihr woanders wohnt, könnt ihr das entsprechend anpassen. Die genaue Zeitzone bzw. Schreibweise eurer Zeitzone könnt ihr hier unter diesem Link herausfinden. Das war es dann auch schon mit der Konfiguration von PHP. Das heißt, wir können mit Ctrl-O das Ganze einmal hier speichern und mit Ctrl-X den Editor schließen. Machen wir nun weiter mit dem nächsten Paket im LAMP-Stack. Und zwar ist das hier unser MariaDB-Server, also unsere Datenbank. Das Ganze können wir hier einmal installieren mit dem Befehl apt-install MariaDB-Server. Auch MariaDB müssen wir einmal kurz konfigurieren. Das geht mit dem Befehl MySQL Secure Installation. Übrigens könnt ihr auch, wenn es hier ein MariaDB-Server ist, alle ganz normalen MySQL-Begriffe hier verwenden. Das ist untereinander kompatibel. Als erstes werden wir gefragt, ob wir schon einen Datenbank-Root-Passwort vergeben haben. Ne, das haben wir hier noch nicht. Deswegen drücken wir jetzt Enter, weil wir noch keinen Sum. Dann werden wir gefragt, ob wir jetzt eins vergeben möchten. Ja, das möchten wir. Und dann würde ich euch jetzt hier empfehlen, ein sicheres Datenbank-Root-Passwort einmal einzugeben und auch gleich nochmal zu bestätigen. Jetzt kommt hier danach noch eine ganze Kette an Fragen, die ihr alle mit Yes beantworten könnt. Das sind einfach so ein paar Initial-Konfigurationen, wo ihr einfach hier euch quasi durchklickt und dann ist die Installation auch schon abgeschlossen. Danach benutzen wir direkt mal hier MySQL und gehen mit dem entsprechenden Befehl hier einfach MySQL einmal in den Dialog rein. Und erstellen uns jetzt die Datenbank, die wir für die Nextcloud benötigen. Als Name schlage ich euch hier einfach den Namen Nextcloud vor. Also mit dem Befehl hier, mit dem SQL-Befehl Create Database und dann Nextcloud kann man hier die Datenbank erstellen. Als nächstes benötigen wir natürlich auch noch einen Benutzer, der sich dann hier einloggen kann. Und zwar nehme ich jetzt hier einfach den Nextcloud-User als Benutzername. Und natürlich ganz wichtig, hier wo Passwort hier steht, da müsst ihr ein Passwort für diesen Datenbank-Benutzer eingeben. Ich vergebe jetzt hier kein sicheres Passwort, da es wie gesagt eine Demo-Instanz ist und die nach der Erstellung des Videos eh gelöscht wird. Aber hier nochmal der Hinweis, bitte vergebt ein sicheres Passwort. Das ist kein sicheres Passwort. Gut, also wenn ihr das dann angepasst habt, können wir hier den Befehl auch einmal abschicken. Jetzt braucht der Datenbank-User natürlich noch Zugriffsrechte auf die Datenbank Nextcloud. Das geht mit diesem Befehl hier. Dann sind wir auch schon MySQL fertig und können hier einmal die Zugriffsrechte mit Flush-Prilegious neu laden und dann MySQL verlassen. Jetzt geht es an die eigentliche Installation von Nextcloud. Jetzt laden wir uns nämlich die neueste Version hier automatisch vom Nextcloud-Server einmal runter. Das geht mit dem Befehl hier. Jetzt müssen wir einfach kurz warten, bis die Daten auf dem Server sind. Da das Ganze natürlich eine ZIP-Datei ist, müssen wir das auch einmal ansippen. Das geht mit dem Programm ANZIP, ganz einfacher Name hier. Und die Datei, die wir jetzt gerade runtergeladen haben, heißen latest.zip. Also entpacken wir das jetzt hier einfach einmal. Wenn wir jetzt einmal hier ls eingeben, sehen wir, wir haben jetzt hier den Ordner Nextcloud. Allerdings brauchen wir den jetzt hier nicht im TEMP-Verzeichnis, sondern aus unter www. Das ist das Web-Verzeichnis unter Linux. Das können wir jetzt einmal ganz einfach mit dem Befehl MV Nextcloud und dann mit dem entsprechenden Ziel da einmal hin verschieben. Als nächstes kümmern wir uns nun um die Installation eines Web-Servers hierfür. Nextcloud empfiehlt hier offiziell den Web-Server Apache, also installieren wir den ganz einfach mit apt install und dann Apache 2. Dann gehen wir jetzt in die Konfiguration des Web-Servers einmal rein und zwar öffnen wir hierfür in dem entsprechenden Verzeichnis einmal die Datei 00-default.conf. Das ist die Standardeinstellung. Natürlich kann man auch andere Virtual Hosts vergeben, aber für die initiale Konfiguration hier im Internet-Netzwerk ist das so der einfachste Weg. Hier gehen wir jetzt zu der Zeile Document-Root und ändern die von //html auf //nextcloud einmal ab, denn wir möchten ja nicht in den Standard-HTML-Ordner reingelangen, sondern hier in den Nextcloud-Ordner. Das heißt, wir können das Ganze hier einmal mit Ctrl-O wieder abspeichern, mit Ctrl-X den Editor verlassen. Danach müssen wir noch einige Apache-Module hier aktivieren, die die Nextcloud benötigt. Habe ich euch auch wieder einen kleinen Befehlsblock gepackt und wenn die aktiviert sind, dann könnt ihr als nächstes einmal hier den Apache 2 neu starten. Die Nextcloud benötigt natürlich auch ein Verzeichnis, wo sie die Daten ablegen kann, die ihr dann auf die Nextcloud hochladet und das sollte am besten außerhalb des Web-Verzeichnisses, also außerhalb von wahr www sein, damit das Ganze einfach ein bisschen sicherer ist. Als Standard habe ich mir hier angewöhnt, die Daten einfach in dem Pfad //data abzulegen. Dafür mussten wir natürlich diesen Pfad hier einmal erstellen, das geht ganz einfach mit mkdir und dann //home//data. Jetzt müssen wir natürlich der Nextcloud noch Zugriff auf diesen Pfad geben, dass die hier ihre Dateien ablegen kann. Es gibt jetzt hier keinen direkten Nextcloud-User, sondern die Nextcloud wird quasi von dem Apache-User, von dem Web-Server-User vertreten und der ist hier www-data. Und dann könnt ihr hier mit diesem Befehl den Zugriff auf den Ordner //data entsprechend anpassen. Natürlich auf den Nextcloud-Ordner selbst braucht der Web-Server-User hier auch Zugriff, also passen wir das Ganze eben auch hier für diesen Ordner, also www.nextcloud einmal an. Und mit dem Befehl schränken wir die Zugriffsrechte nochmal genauer ein. So, jetzt sind eigentlich alle Vorbereitungen in der Befehlszeile soweit mal abgeschlossen. Jetzt können wir in den Browser wechseln und einmal unsere Nextcloud hier zum ersten Mal aufrufen und dort die Konfiguration abschließen. Im Browser angekommen, gebt ihr dazu jetzt ganz einfach //data. Und dann die IP-Adresse, ganz wichtig, von eurem LXD-Container, nicht von eurem QNAP NAS hier einmal ein. Habe ich ja schon im ersten Video gezeigt, wie man die rausfinden kann. Dann drücken wir hier mal Enter und schauen. Jawohl, sehr cool. Wir kommen hier direkt auf der initialen Seite von unserer Nextcloud raus. Das heißt, hier können wir jetzt weitermachen. Als erstes müssen wir hier mal ein Admin-Konto anlegen. Ich nenne den Benutzer hier einmal Dani und vergebe ein Passwort. Dann ganz wichtig, müssen wir das Datenverzeichnis anpassen. Und zwar haben wir ja jetzt hier als Datenverzeichnis //home//data gewählt. Das müssen wir natürlich so eintragen. Hier unten geht es jetzt mit der Datenbank weiter. Als Datenbankbenutzer haben wir hier den Nextcloud-User einmal gewählt. Als Datenbank-Passwort, natürlich das Passwort, was ihr vergeben habt. Und der Datenbankname hier lautet Nextcloud. Hier unten könnt ihr jetzt, wenn ihr möchtet, noch ein paar empfohlene Apps mitinstallieren. Ich persönlich nehme den Haken immer raus. Ich fange immer ganz gern mit einer cleanen Nextcloud an und stelle das dann so zusammen, wie ich das möchte. Könnt ihr aber auch anders machen. Gut. Dann klicken wir jetzt hier auf Installation abschließen. Das läuft jetzt hier mal ein paar Minuten, je nachdem, wie viel Leistung euer Server hat. Die Datenbank wird im Hintergrund konfiguriert. Und dann nach einigen Momenten solltet ihr auf eure Nextcloud weitergeleitet werden. Und jawohl, das sieht gut aus. Willkommen auf eurer Nextcloud hier auf eurem QNAP NAS. Ihr könnt jetzt hier anfangen, damit zu arbeiten, eure Dateien hochzuladen, weitere Benutzer anzulegen, wenn ihr das möchtet, und auch Apps zu installieren. Eben all das, was eure Nextcloud können soll. Bevor ihr aber so richtig mit der Benutzung loslegt, müsst ihr wahrscheinlich noch ein paar weitere Dinge erledigen. Und zwar momentan ist ja die Nextcloud nur für den internen Zugriff hier vorbereitet, über diese IP. Wahrscheinlich möchtet ihr aber auch extra darauf zugreifen, über den Domain eben vom Internet aus. Dafür müsst ihr euch noch um Port freigaben und auch ein SSL-Zertifikat für eure Nextcloud kümmern. Wie genau das geht, dazu findet ihr unten auch ein Video verlinkt. Da zeige ich euch das Schritt für Schritt. Ein weiterer Punkt, den ihr, bevor ihr mit der eigentlichen Benutzung loslegt, einmal kontrollieren solltet, sind die Sicherheits- und Einrichtungswarnungen. Die findet ihr hier in den Einstellungen und dann unter dem Punkt Übersicht. Wahrscheinlich sind auch bei euch jetzt hier einige Meldungen vorhanden. Diese solltet ihr natürlich auch vor der richtigen Benutzung einmal beheben. Wie genau das geht, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, findet ihr auch ebenfalls unten verlinkt. Und zu guter Letzt fragt ihr euch jetzt vielleicht, naja jetzt sehe ich hier die ganzen Standarddateien von der Nextcloud. Aber wie komme ich jetzt über die Nextcloud auf die Dateien drauf, die eigentlich auf meinem NAS liegen? Auch dazu gibt es ein weiterführendes Video, einfach auch unten in der Beschreibung schauen, ist da ebenfalls verlinkt. Ich hoffe die Installation von Nextcloud hat nun hier auch auf eurem QNAP NAS soweit geklappt. Falls dem nicht so ist oder falls ihr Fragen habt oder Unterstützung bei der Installation benötigt, schreibt mir gerne einfach eine E-Mail hier an service.apfelcast.com. Die weiterführenden Themen, wie im Video schon oder besser gesagt im Screencast schon angekündigt, die findet ihr alle auf meiner Patreon Seite unten verlinkt. Da habe ich extra ein ausführliches Video zu jedem Thema einzeln gemacht, sodass ihr euch das genauso anschauen könnt, was für euch eben interessant ist. Also das Erreichbar machen der Nextcloud aus dem Internet, was für viele mit Sicherheit sehr wichtig ist und gleichzeitig auch das Absichern für die Erreichbarkeit aus dem Internet. Wie ihr dann eben auf die Dateien von eurem QNAP aus der Nextcloud auszugreifen könnt. Wenn ihr das dann mit der Internet Erreichbarkeit kombiniert, dann habt ihr gleichzeitig auch die Möglichkeit auf all eure Dateien, die hier auf eurem NAS sind, aus dem Internet zugreifen zu können. Und das abgesichert durch die Nextcloud und natürlich auch die allgemeine Optimierung der Nextcloud, was ihr auf jeden Fall machen solltet, bevor ihr die Nextcloud ans Netz hängt. Das findet ihr alles hier unten in der Beschreibung direkt verlinkt. Also schaut gerne vorbei, wenn euch das interessiert. Zum Schluss bleibt mir da nur noch zu sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich euch wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr zum Thema Nextcloud, zum Thema Open Source, Server, NAS und vieles weitere verpassen möchtet, dann abonniert auch meinen Kanal. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.